Unser heutiges Spiel kennt ihr auch schon. VfB-Spielerrat in der Hand der Bilder. Roberto Pinter. Boah, ist das hart. Jetzt müsste es so um 0 herum gewesen sein. Ich schenke dir jetzt keinen Punkt. Ich schenke dir auch keinen Punkt. Boah, Matze Lehmann. Ja, boah. Okay, gut, hart. Marco Stranz. Marco Streller. Immerhin das Vornehmste gab. Dirk Hain, mittlerweile Chef einer Schafherde in Irland. Manuel Fakking-Fischer. Zwischendurch deutscher Futsal-Nationalspieler und eins des größten Talents, dass dieser Klub je sein Eigen nannte. Da habt ihr echt in der Kiste gekramt. Ich könnte schon seit drei Minuten buzzern. Patrick Fug. Oh, oh. Mamadou Ba. Mit dem war ich mal in der Boa ein Trinken. Am nächsten Tag war Training. Einer ist erschienen zum Training. Ba war es nicht. Matze. Das ist echt verdammt schwer. Da muss ich glaube ich auch passen. Leute, Leute, Leute. Der kramt hier Karteileichen raus, ey. Dänischer Juniornationalspieler. Hannes Wolf, Schützling. Profi. Aber mit J, irgendwas mit J ist der Name. Ah, Brun Larsen. Ich komme zurück. Ich komme zurück.